Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Der Sommer ist da und mit dem Sommer kommen natürlich viele, viele Produkte neu in die Drogerie, aber auch Produkte, die schon bei uns vielleicht zu Hause sind. Und ich dachte mir, wir nutzen die Zeit einfach mal für ein schönes, frisches Sommer-Make-up. Ich zeige euch ein paar Produkte, die für mich jetzt aktuell wirklich in meiner täglichen Routine sind. Alles aus der Drogerie. Ich habe kein High-End-Produkt mit hier dabei. Einfach um auch so ein paar Produkte zu zeigen, die vielleicht bei uns so ein bisschen weiter über den Frühling und den Winter in der Schmink-Sammlung verschwunden sind und die wir jetzt perfekt rausholen können. Produkte, mit denen ihr den ganzen Sommer über schön mattiert, schön frisch, schön glowy und langanhaltend seid. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich sehe ein bisschen glowy aus. Ich sehe ein bisschen fertig aus. Wir sind mitten im Umzug. Ich habe immer noch nicht mein Studio umziehen können, aber vielleicht, wenn ihr das Video seht, dann ist das Ganze schon passiert. Ich bin im Moment durch. Meine Hautpflege habe ich gerade gemacht mit den Produkten von Skin by Kim. Seht ihr nächste Woche das Video dazu, habe ich eine ganz, ganz spannende Meinung. Und ihr auch zu. Wir starten als erstes mit einem Primer, beziehungsweise, ja, ich weiß gar nicht, ob das so ein richtiger Primer ist. Steht zwar drauf, aber ich liebe den. Das ist ein richtig gutes Dupe und ich habe jetzt auch endlich das Original zu dem Wonder Glow von Charlotte Tilbury. Das ist ein Instant Soft Focus Primer, der die Haut, ich zeige es euch, sehr radiant macht. Ich nehme mal ein bisschen und blende mir das Ganze ein. Der hinterlässt so einen richtig schönen Glow auf der Haut. Und ich finde, das ist so ein bisschen schwierig im Sommer. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist. Ich finde, im Sommer möchte ich noch glowiger sein als sonst. Es soll aber nicht ölig sein. Also ich mag es immer, wenn es richtig schön glowy ist, aber ich benutze auch weniger Produkt und kann dann mehr Glow in mein Gesicht geben. Und das gibt dann so einen, ja, einfach so einen schönen sommerlichen Touch. Hinterlässt wirklich ein schönes Gefühl. Das Make-up wird dadurch auch wesentlich länger haltbar, habe ich das Gefühl. Und er zieht super schnell ein und ihr habt dann einfach so einen leichten Glow auf der Haut. Wirklich große Empfehlung. Ich glaube, der ist auch neu jetzt in die Drogerie dazugekommen. Ist vegan, 30ml, liegt bei um die 4 Euro. Ich muss sagen, ich habe Trended Up jetzt wieder so ein bisschen für mich entdeckt und benutze den auch regelmäßig. Also er liegt hier bei mir auf dem Schminktisch. Bevor wir weitermachen mit der Foundation, freue ich mich, dass dieses Video in Zusammenarbeit mit Larisée entsteht. Ihr wisst, ich arbeite liebend gerne mit Larisée zusammen. Und mein Code MAXIM gilt das ganze Jahr über. Ich dachte mir, ich nutze aber das Thema des heutigen Videos, um euch einen neuen Lieblingsduft vorzustellen. Der, ich würde schon fast sagen, unisex ist. Und das ist Bordeaux de Mer. Das ist die Nummer 857. Wenn du den riechst, das ist ein sehr sportlich, frischer Duft. Der riecht so ein bisschen nach salzigen Haaren, nach einem Tag am Strand. Und wenn du den ganzen Tag unterwegs warst und du fühlst dich nicht mehr so gut, das war warm, du hast geschwitzt, eins, zwei Spritzer rauf. Und alleine der Duft, und das liebe ich an Düften, ich liebe die Welt der Düfte, kriegst du ein Gefühl von, du bist wieder frisch, du bist ein bisschen abgekühlt, du bist erfrischt. Und das mit einem Duft, mega, mega gut. Ihr wisst es, mit meinem Code gibt es 20% auf alles. Bei Larisée gibt es viele, viele Duftzwillinge zu euren liebsten Düften, die ihr vielleicht schon habt. Und ich empfehle euch aber immer, gerade bei den Preisen, die Larisée ja auch anbieten kann, die wirklich günstig sind für viel Duft, dass man sich mal so ein bisschen ausprobiert. Und dafür gibt es ein ganz, ganz tolles Set. So ein Duftset ist natürlich immer super gut, wenn man sich selbst noch nicht so entschieden hat und gar nicht weiß, was will ich eigentlich diesen Sommer tragen. Vielleicht wollt ihr auch einfach jeden Tag ein bisschen anders riechen. Und das Ganze ist so aufgebaut, dass ihr Damen- und Herrendüfte habt, aber natürlich auch Unisex-Düfte, beziehungsweise Eigenkreationen von Larisée. Und da muss ich sagen, die Eigenkreationen von Larisée sind fantastisch. Weil das halt nicht so ein Duft ist, den man an jeder zweiten Straßenecke riecht, sondern das ist was ganz Besonderes. Mit meinem Rabattcode gibt es 20% Rabatt und den Gratis-Refill in Gold. Da könnt ihr einfach hier oben die Kappe abmachen, setzt das hier rauf und dann pumpt ihr euren Refill voll und könnt den in eure Handtasche mitpacken. Den gibt es gratis mit dazu, wenn ihr meinen Code einlöst. Und für unterwegs ist die Beauty-Bake natürlich super. Gerade jetzt, wenn es in den Sommerurlaub geht, vielleicht machst du deinen Refill rein, vielleicht einen Primer und ein Schwämmchen oder so. Kannst das in deiner Handtasche machen und dann hast du immer was mit dabei. Große Empfehlung von mir, schaut also gerne bei Larisée einmal vorbei. Ihr werdet es definitiv nicht bereuen. Wir kommen zur Foundation und das ist etwas, das habe ich euch vor einem Jahr, glaube ich, schon mal gezeigt. Ich habe es jetzt aber wieder für mich entdeckt. Und das ist die Rosy Touch Foundation von Trended Up. Das ist ein ganz, 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 ganz zartes Foundation, hat aber doch recht gut Deckkraft. Ich mische mir so ein bisschen den Bear With Me Concealer mit rein in der Farbe Camel. Der macht das Ganze so ein bisschen dunkler für mich, aber gibt der Foundation dann auch wirklich die passende Sommerfarbe. Und ihr habt ein schönes Feeling auf der Haut. Ich blende mir das Ganze tatsächlich auch mit dem Letizia und Maximum Brush ein. Kommt auch bald wieder für euch. Die Produktion ist jetzt fertig. Sie werden gerade nur noch überprüft, dass die Qualität auch stimmt. Das ist eine sehr leichte Foundation. Ihr könnt sie aber auch wirklich gut zu einer sehr deckenden Foundation aufbauen. Und ihr seht sofort auch in Kombination mit dem Primer und der Pflege, die ich ja vorhin benutzt habe, eher so ein schönes, weiches Finish auf der Haut, dass man wirklich denkt, oh, du trägst eigentlich nur ein bisschen Wasser auf deine Haut. Und das liebe ich tatsächlich so sehr an diesen Sommerprodukten, dass sie so leicht sind und so frisch sind und sich mit der Haut einfach super gut verbinden. Ich will euch mal ein Stückchen näher, dass ihr euch das Ganze vom Namen anschauen könnt. Ihr seht es, die Foundation hat sich sehr, sehr gut mit dem Primer verbunden und die Haut ist ganz, ganz leicht. Also ich habe ja wirklich nicht so viel benutzt. Der Schwamm hier von Real Techniques, glaube ich, der zieht auch noch so ein bisschen Produkt mit ab, sodass ihr eine ganz, 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 ganz leichte Deckkraft nur auf eurer Haut habt. Und das sieht so wunderschön aus. Zum Concealen benutze ich tatsächlich im Moment eigentlich nur den Manhattan Multitasker Concealer. Einfach nur so ein bisschen. Der ist ja wie der Tarte Shape Tape, ein super, super Dupe. Hier vorne ein bisschen und hier hinten. Und auch den blende ich mir dann aus. Ich weiß nicht, irgendwie im Sommer. Schreibt mir gerne mal eure Make-Up-Routine im Sommer oder auch im Urlaub vielleicht. Jetzt startet ihr auch die Urlaubssaison. In die Kommentare. Vielleicht finde ich ja da noch den einen oder anderen Trick. Vielleicht aber auch jemand aus der Community. Das finde ich persönlich immer super schön, wenn ihr euch gegenseitig in den Kommentaren Fragen beantwortet. Schaut euch das an. Ich nehme ihn nochmal in der helleren Farbe. Einfach um unter den Augen so ein bisschen aufzuhellen. Und ihr habt so ein schönes, frisches Feeling auf der Haut. Wow. Ich sette das Ganze tatsächlich jetzt noch gar nicht, sondern möchte direkt weitermachen mit einem Highlighter. Und das ist der Trended Up Silky Baked Highlighter. Sieht einmal so aus. Ähnlich wie die von Catrice. Ich gehe da nur ganz leicht rein und tupfe mir damit so ein bisschen hier auf meine Wandknochen. Das fixiert tatsächlich auch gleich so ein bisschen das Make-Up. Gibt auch nochmal so ein bisschen Farbe. Ihr könnt das Ganze tatsächlich auch, das liebe ich, noch mehr. Einen Puderpinsel hier reingehen. Und dann gehe ich hier in das Kiko Matte Fusion Powder. Und habe dann so einen Glowy Highlighter Face Powder. Und ihr mattiert das Gesicht. Das hält dadurch natürlich wesentlich länger. Ihr nehmt aber den Glow nicht weg. Ich mische einfach immer so ein bisschen Puder und Highlighter. Und ihr habt so ein fixiertes, aber trotzdem mega Ergebnis. Probiert es mal aus. Vielleicht kommt dieses Jahr ja noch was von mir raus. Was ähnlich ist, aber bis dahin. Look at that. Schaut euch das bitte an. Wie frisch die Haut aussieht. Wow. Ich benutze tatsächlich im Sommer auch gar nicht so viele Bronzer. Weil ich meistens im Sommer entweder ein bisschen Farbe bekomme. Wobei seitdem ich Lichtschutzverdorf 50.000 Milliarden benutze. Passiert da ja nicht mehr in meinem Gesicht. Aber ansonsten meistens hier den von Love. Den The Original beziehungsweise den Hatice ist es ja nicht mehr. Bronzer. Einfach hier nur so ein bisschen an den Wangenknochen. Für so ein bisschen Dimension und ein bisschen Farbe. Und dann habt ihr tatsächlich einfach ein super schönes, frisches Ergebnis. Ich blende mir das Ganze auch hier schon mal an meinen Augenbrauenbogen und vor allen Dingen hier über die Augenbraue und um die Nase herum. Und ihr habt einen ganz, ganz besonderen Touch an Farbe im Gesicht. Und dann gehe ich mit dem Puderpinsel einfach nochmal überall rüber. Ich liebe es. Was nehmen wir denn für ein Blush? Wir nehmen mal ein Blush. Den darf ich euch noch nicht zeigen. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ihr das nicht seht. Ich habe das so ein bisschen aus den Augen verloren tatsächlich. Weil ich dachte, ach, es ist noch so viel Zeit. Aber so viel Zeit ist gar nicht mehr. Schaut euch das mal bitte an. Und damit gehe ich hier auch direkt über meine Stirn, auf meine Nase. Für diesen leichten Sonnenbrand-Effekt. Ich weiß nicht, im Sommer finde ich das immer total schön. Schreibt mir mal eure Sommerroutine bitte in die Kommentare. Ein Produkt, größte Empfehlung überhaupt, ist die neue Kollektion von Rivalazmi, diese Kissed by the Sun. Dieser Braunton ist perfekt, um so eine Crease zu machen. Um es einfach, ihr könnt auch einen Bronzer nehmen, aber ich finde, das gibt euch so einen richtig, richtig schönen Bronzy-Touch. Ihr könnt damit auch so ein bisschen eure Nase konturieren, wenn ihr wollt. Und der Goldton ist eigentlich der perfekte, also der beste Ton aus der Palette ist der Goldton. Und was ich jetzt mal ausprobieren wollte, ich wollte mit diesem kleinen Pinsel hier aus der Essence und, wie hießen sie, die Dinosaurier, Jurassic Park, in diesen grünen Schimmerton gehen und den einfach nur hier als Inner Corner Highlight geben. Das sieht jetzt ein bisschen dunkel aus. Vielleicht kann man da noch mit einem hellblauen Lidschatten einfach reingehen. Wartet mal. Nehmt da hier, ihr habt wahrscheinlich alle hier meine und von Catrice, ein bisschen von der Farbe Mare da mit reinmischen. Für so ein helles Inner Corner. Und dann könnt ihr jeden x-beliebigen dunklen Lidschatten nehmen und einen flachen Pinsel. Gehe ich jetzt hier in die Farbe Bossy. Und ziehe mir nur so einen ganz, 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 ganz kleinen Wing hier hinten. Blende den dann so ein bisschen hier aus. Ne, das ist ein ganz simples Make-up tatsächlich. Aber ich habe immer so ein bisschen Angst bei Lidschatten im Sommer, dass meine Augenlider sehr schnell ölig werden. Und deswegen trage ich meistens gar nicht so, so super, super viele Lidschatten. Wenn dann immer nur so ein Pop of Color. Ich finde, damit kann man auch immer so ein bisschen flexibler arbeiten mit seinen Outfits. Die meisten von euch werden ja so ein bisschen den Lidschatten-Look an euer Outfit anpassen. Wenn du was Buntes trägst, machst du dir halt einfach ein Buntes Inner Corner in Blau, in Pink. Je nachdem, worauf man gerade Lust hat, gehe ich mit dem Microfiber Multitool Mini hier unten nochmal lang und habe eine schöne, frische, ganz, ganz simple. Hater würden sagen, langweilig. Ich sage, wunder, wunderschöne Base. Das Ganze muss natürlich fixiert werden. Da habe ich zwei und die Kombination ist wirklich der Wahnsinn. Catrice Ultra Last Two Fixing Spray, wasserfest, transferproof. Ich habe tatsächlich ein Video damit gedreht für den Catrice-Kanal. Das ist Wahnsinn. Ich zeige euch das dann, wenn das Video draußen ist. Es macht wirklich, ich habe einen Side-by-Side-Vergleich damit gemacht. Sorgt dafür, dass das Make-up den ganzen Tag hält. Das ist 10.000 Mal besser als das Urban Decay Spray und kostet nur ein Bruchteil. Das dauert so einen Moment. Da ist natürlich kein Alkohol drin, der verdampft, bis es vertrocknet ist. Und dann nehme ich das hier von Rivalazumi Kissed by the Sun Glowy Body Mist. Nur ein bisschen. Lass das Ganze schön antrocknen. Währenddessen trage ich mir auf die Lippen. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ansonsten hat Essence auch ein Dupe. Blende ich euch hier mal ein. Catrice Caviar Gouche, den Lipgloss in der Farbe Cloudy Blossom. Ist eher wie so ein Lippenöl. Hat eine ganz, ganz leichte, orangene Färbung mit drin. Und zum Abschluss Mascara. Und das ist die Volume Million Lashes Balm Brown Mascara von L'Oreal. Das ist ein sehr, sehr schönes Braun tatsächlich. Ist, glaube ich, das teuerste Produkt hier in dem Video. Aber da gehe ich nur außen mit lang. Schaut euch bitte mal den Glow auf meiner Haut an. Sie sieht aus wie sehr schön eingecremt. Für die einen oder anderen von euch ist es vielleicht zu viel. Dann nehmt einfach ein bisschen weniger Highlighter. Overall, ich mag das total gerne, wenn die Haut so richtig, richtig speckig aussieht. Aber I love it. Und das Ganze fühlt sich natürlich auch super schön leicht auf der Haut an. Weil wir nicht so viele Produkte benutzt haben. Das Spray von Catrice ist tatsächlich eine große Empfehlung aktuell. Weil wenn es wirklich so richtig heiß ist. Kleiner Tipp. Funktioniert bei mir fantastisch. Ich weiß nicht, ob man es machen darf. Ich sprühe mir Deo an den Haaransatz. Weil ich da im Moment total stark schwitze. Und auch hier hinten so ein bisschen. Ein bisschen Deo. Und dann ist es gar nicht so schlimm. Und das Make-up hält tatsächlich auch an den Stellen hier so ein bisschen länger. Aber das ist mein Summer Essential Make-up Look. Super glowy und super frisch. Ihr könnt die Farben im Innercorner natürlich immer so ein bisschen austauschen. Je nachdem, worauf ihr gerade Lust habt. Worauf ich jetzt Lust habe, ist, mich so ein bisschen auf der Larisée Webseite umzuschauen. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Duft, den ich persönlich noch nicht kenne. Vielleicht geht es euch ganz genauso. Dann verlinke ich euch Larisée einmal unten in der Infobox. Hier seht ihr auch nochmal den Kroat. Damit gibt es 20% Rabatt auf alles. Plus den goldenen Refill gratis mit dazu. Mit dem ihr einfach so ein bisschen unterwegs sprühen könnt. Bordemeer ist eine große Empfehlung. Freunde. Schön, dass ihr mit dabei wart. Vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss.